Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit der Nurse. Ich habe eventuell jetzt gerade, also wenn ich mal aufnehme, dann drücke ich auf F12 und das hat gerade nicht funktioniert. Nur hab ich um links geguckt und so, fuck, du hast dein Aufnahmeprogramm gar nicht an. Vielleicht solltest du das mal machen. Oh, wow, 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 warum konnte ich nicht schlagen? Warum konnte ich nicht schlagen? Ich seh... Ah, was ist denn? Ach klar, guck mal, Clodet ist echt ein Haufen Spaß, ne? Dankeschön! Immer ruhig bleiben, immer mit Ruhe alles machen. Die Map und Clodet ist awesome. Möchte sie sich nicht wehren, oder? Ah! Ah! Ah, sie möchte sich jetzt wehren? Ich... Dann bringe ich sie heute in den Keller, nicht wahr? Da... Da ist... Ah, du wart! No! Soll ich verarschen? Was soll das? Ich verliere die hier so schnell, ich verliere die hier so unfassbar schnell, das ist nicht schön, meine lieben Freunde, sage ich euch. Nurse calling, sagt Hallo. Da hinten ist er lang gegangen. Der ist aber auch so schwarz gekleidet, die waren alle so dunkel gekleidet, jetzt ist er schon wieder weg. Jetzt ist er auch schon... Herr im Himmel. Herr im Himmel, er. Komm, 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 komm. Hi. Das dauert hier alles viel zu lange gerade. Die haben zwar noch vier Generatoren, aber das dauert mir trotzdem hier alles viel zu lange. Ja. Ähm, ich laufe denen viel zu lange hinterher. Sie sind alle an einem Generator, awesome. Hi. Futsch! Ist er weg! Weißt du? Jetzt mich... Was? Hier war doch noch einer! Der hat doch... Der hat doch repariert! Ich habe ihn noch gehört! Oh mein Gott! 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 Komm her! Jetzt bräuchte ich Thanatophobia, tatsächlich. Drei Leute sind verletzt. Einen hänge ich jetzt auf. Der hing ja schon, ne? Natürlich komme ich da nicht durch! Egal. Natürlich komme ich da nicht durch! Wo läuft der lang? Wo läuft der lang? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich... hasse diese Map! Halleluja! Das Ding ist, ich muss zurück. Weil der Generator da gleich fertig ist. Ja! Klasse Spiel! Man will nichts bringen, den jetzt kaputt zu machen. Egal, ich muss trotzdem. Komm her! Ah! Man sieht den nicht! Loll! Alles klar! Boah! Ich hab nur von links einfach so... Irgendwas schwarzes war da einfach! Holla die Waldfeeer! Herr im Himmel! Schlimm! Also... Weil ich mir denke so... Das ist so... Oh ja! Das ist so... Ach, der hing noch gar nicht! Nö! Der hing noch gar nicht! Nö! Natürlich hing er noch nicht! Ist da jemand? Ja! Ich glaube, der läuft nur links! Ha! Läuft der gar nicht! Verarscht! Oh! What? What? Peep! Nooo! Nooo! Oh! Nooo! Njaaah! Das war nicht so gut! Oh nein, das war nicht so gut. Ja, die Map ist einfach ein Haufen Grütze für mich, echt. Dabei finde ich echt, ich habe gut getroffen. Ich habe wirklich gut getroffen. Ich habe die so schnell verloren, dass... Oh, ich habe die Daily. Nice. Ich hätte ganz... Auf dieser Map mit ihr hätte ich einfach kämpfen müssen. Ja, wir können nur ein bisschen spielen, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht... Also ich finde, dass ich jetzt nicht so unfassbar scheiße gespielt habe. Sondern echt meine Blinks ganz gut gesetzt habe, aber die... Ich habe die zu schnell verloren. Die waren weg. Ich habe die geschlagen. Also ich habe die zu lange gebraucht, wieder mich zu orientieren, wo die sind und und und. Nice. Direkt zwei Taschenlampen. Herrlich. Oh. Doch, keine? Gucken wir mal. Naja, aber solche Spiele gibt es 33 Spielstunden. Alles klar. Du hast einen roten Ping. Alles klar. Geht da nochmal runter. Der hat wirklich nur... Soll ich das machen? Ich weiß nicht. 33 Spielstunden und schon 18 Errungenschaften? Geht das so schnell? Warte mal. Ich wollte eben noch... Ich muss ja hier ein paar Punkte loswerden. Äh... Ach so. Okay. Führe an den Generator insgesamt 100 vollständige Reparaturen aus in 22 Spielstunden. 23. Okay. Interessant. Höher ein Charakterlevel auf Stufe 10. Jo, gut, ne? Das ist jetzt für mich so schwierig. Ja, okay, 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 okay. Habe ich denn so gewundert, dass es so schnell geht? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Aber wahrscheinlich ist es dann einfach so. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch gar nicht an die ganzen Errungenschaften erinnern am Anfang. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber es gibt noch so ein paar, die ich noch brauche. Darauf muss ich mal achten. Es wäre schon cool, in diesem Spiel viele, sehr viele Errungenschaften zu haben. Ich habe schon viele. Ich kann nicht... Ah, jetzt kann ich gerade nicht einsehen, wie viele. Ähm, mache ich mal in der nächsten Folge. Ja. Ja. Schade. Ich glaube, wäre das eine andere Map gewesen in der Folge davor, ähm, wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Hm. Aber man weiß es natürlich nicht. Ne. Die... Oh, ja. Ah, ich habe heute Glück mit diesen Maps. Ne, wobei, ich mag die Map hier eigentlich mit ihr, weil du schnell von oben nach unten kommst. Ich will mich auch gar nicht beschweren, wenn du jetzt hier Anna spielst oder Michael oder irgendwas, ja. Eigentlich alles. Billy ist jetzt auch... Alles klar. Der muss ja hier irgendwo sein. Dumm. Das war... Das war richtig dumm von mir. Warte, ich mache der eine mal kaputt hier. Der läuft nach oben, ne? Ja. Oh, lenken wir ein bisschen. Das war Deadheart. Oh mein Gott, süße. Die weiß auch nicht wohin, ne? Kommt zu mir. Ach, und sie hat die Strike natürlich. Aber ich möchte das nicht. Sie schafft es trotzdem. Da bin ich total bescheuert. Holy shit. Hi. Hi. Ich habe sie ja gehört. Und die Blutspuren. Sie hätte weitergehen müssen. Sie ist... Oh, da hinten rennt auch jemand. Sie ist einfach mega laggy. Die Gute. Sie ist einfach unfassbar... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was ist hier los? Das hätte ich jetzt mal probieren können, ne? So nach rechts. Oh, leid. Was ist denn da kacke hier? Die längen alle so ein bisschen. Ähm. Wie lang? Oh, 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 wo ist sie? Äh, ach da. Oh, lol. What the fuck? Oh mein Gott. Was ist das mit dir? Willst du mich verarschen, Alter? Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum fuck war das denn jetzt hier gerade? Herr im Himmel. Ich hab doch gar nicht nach unten gezeigt, Spiel. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, guck mal. Die ist ein bisschen geil hier. Oh je, 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 je. Ja, war klar, dass du das machst. So dumf bin ich jetzt auch nicht. Das war aber dumm. Ich brauch viel zu lange für sie. Ich brauch viel zu... Also gerade läufst du nicht so wirklich mit den... What the fuck? Oh, was für schmühlig. Das ist ja hier wieder scheiße, ah. Ja, komm du erst mal wieder hier hoch, ah. Ah. Stöhnen für mich. Oh, le... Oh, le... Oh, spiel, Alter. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich wusste, dass du das machst. Ich wusste, dass sie das macht. Holy fuck, ah. Da hat die D-Strike. Ganz ehrlich, ich hab irgendwie, glaub ich, nur das Glück, dass die gerade auch nicht so kurz sind. Oh mein Gott. Und dass Ruin noch da ist und... Gott, wie die Scheiße. Was ist denn los hier? Gott, 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 Gott. Nach die laggy Frau wieder. Ich geh nicht hier weg, wenn jetzt die alle rumrennen. Oh, steffi, warum hast du nicht... Ich geh nicht hier. Okay. Hi! Hi! So, komm her! Ja, Taschenlappe, komm her. So, bitteschön. Bitteschön. Herrgott im Himmel, ja. So. Oh, hier ist einer? Nicht? Hier ist keiner? Wo sind sie denn alle? Da, 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 da. Nee, doch nicht. Ähm. Gut, hab ich mich vertan. Oh mein Gott, Spiel. Spiel. So, ich wollte das hier kaputt machen. Wir, wir teleportieren uns einfach mal ein bisschen hin. Ne, vielleicht erschrecken wir sie ja auch. Was ist denn ein Problem? Ah, die hat ja... Was leckt die denn so rum? Entschuldigung. Oh, ist das eine Sackkasse? Ja, ist das eine Sackkasse? Oh Gott, Süße. Mit dir. Ja, hier. So, ich glaub, ist sie tot? Lass sie bitte tot sein. Die haben, die haben noch... Nee, natürlich ist sie nicht tot. Wann soll ich auch tot sein? Braucht man ja nicht hier, ne? Vor allem sollen sie alle überleben. Die haben doch keinen... Die haben doch einen Generator, haben die gemacht. Blind. Blind. Blind, 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 blind. Die waren mal kaputt. Oh, wo bist du? Hi. Na, Mäuschen? Warum bist du denn eigentlich nicht geheilt? Warum ist der Typ nicht geheilt? Warum? Warum? Warum bist du nicht geheilt? Bist du tot? Scheiße, der ist auch nicht tot. Halleluja. Der ist auch nicht tot. So, ich geh ja schon weg. Ja, Süßer. Ich... Da waren... Da waren Blutspuren. Was soll ich denn machen? Oh, wow. Es ist sehr verwirrend, wenn hier mehrere sind. So viel Blut, so viel Blut, so viel Blut. Ganz ehrlich, Süßer, du gehst mir halt richtig hart auf die Nüsse. Oh, du kannst mich erzählen, dass jetzt... Die ist auf jeden Fall weggelackt. Gelackt. So eine Lacke, ja. Warum sind hier so wenige Fußspuren? Warum, warum? Warum, warum? Boah, Leute, mein Kopf. Ich bin gerade mega verwirrt. Super verwirrt bin ich jetzt gerade. Okay. Konzentrier dich. Alles klar. Alles klar. Okay. 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 Die hast du Blindboost gehabt. Was, 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 was ist mit dir? Dankeschön. LOL! Oh mein Gott. Oh, ich hasse das hier mit der Nurse. Ich hasse es wirklich. So, komm her. Boah, wie ich jetzt einfach richtig nah am Monitor war mit meinem Kopf. So, ich hätte öfter mich teleportieren sollen. Bitteschön. Hat viel zu lange gedauert. Viel zu lange. Ach ja, die Lady hing noch gar nicht. Springboost! Wie kann ich das vergessen? Was ist das? Oh, Leute, 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 Leute. Komm her. Oh, was ist das? Ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet. Nee, ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet. Nee, damit hat sie auf jeden Fall überhaupt nicht gerechnet. So. Und die hängen wir hier auf. Weg mit dir. Die war echt nervig. Aber einfach nur deswegen, weil... Oh, ich folge ihr schon wieder mit dir mit der Blutspur. Will ich... Gar nicht. Ach, komm. Wir machen jetzt kein... großes Tamtam darum. Die nehme ich jetzt einfach mit. Bitte schön. Vielleicht sehe ich ja die andere noch. Oh, lol. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier... Ah, Luke. Ah, Luke. Ich glaube, jetzt hat sie ganz kurz gepennt. So, den Fehler mache ich nicht nochmal. Nein, 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 nein. So, so spiele ich ja eigentlich auch, ne? Man denkt so, man geht ihr entgegen, damit halt nichts passiert. Aber... Ähm, das ist nicht immer gut. Wobei, allgemein gegen einander zu spielen, ist einfach super schwierig. Wo ist die denn? Oh, lol. Hat die... Hat die gepennt? Die... Die hätte jetzt nur runterspringen müssen. Schon eher. Also... Alles klar. Ich glaube, die hat geschlafen. Ich glaube... Ich weiß nicht. Hat sie damit gerechnet, dass ich jetzt schon... Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe sie... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, sie würde jetzt weggehen. Ist halt Barbecue und Chili, ne? Mit der Nurse. Du bist mit der Nurse sowieso schon so unfassbar schnell. Und du weißt dann ganz genau, wo du hin musst. Das ist halt schon richtig krass. Das ist echt krass. Aber... Ich finde tatsächlich, in der ersten Runde habe ich besser gespielt als jetzt hier. Definitiv. Ähm... Ich habe jetzt zwar hier gewonnen, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich in der ersten Runde besser getroffen habe. Und dass es einfach besser war. Und hier habe ich so oft daneben gehauen. Vor allem, wenn... Ähm... Wenn da ganz viele sind, dann irritiert mich das total. Und wenn da mehrere Survivor sind, und die alle so drumherum laufen, das haben wir auch immer, wie Survivor spielen, und ein Killer hat dann total... Ja, verwirrt wird. Und... Äh... Und es sieht halt lustig aus, aber jetzt, wenn ich selber Killer spiele und dann ganz viele Survivor da um mich herum schwirren, dann merke ich das, wie verwirrend das erst sein kann. Und das war tatsächlich so für mich. Oh Gott, ich bin gegen den Tisch geknallt. Es tut mir sehr leid. Äh, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.